Hi ihr Lieben, Amitsaray hier. Bei der Kugelspitze ist überall Schnee. Seht ihr das? Es ist schon Weihnachten hier. Es sind überall Schnee, Lebensfreude. Hier, was man sieht, das ist Schnee voll. Richtig schön. Ich bin heute extra hergekommen, habe eine Kerze eingemacht bzw. einen Leuchtkasten für die Queen Elisabeth. Der zweite, die neulich gestorben ist, das ist die höchste Stelle in Deutschland. Und auch für Philipp habe ich das Ganze mit absichtlich jetzt hergekommen. Das ist die höchste Stelle, also eine Kerze. Ich habe das in einem anderen Video gezeigt. Und da ich Queen Elisabeth II von ganzem Herzen liebe, die Sonne scheint. Und auch die Philipp hat mich sehr traurig gemacht, dass die Queen Elisabeth II gestorben ist. Und auch Prinz Philipp schon davor schon. Die Welt ist in Trauer. Und deswegen bin ich auch heute hergekommen und habe die Kerze reingemacht. Die höchste Stelle in Deutschland, wo der Kugel ist. Und bleibt gesund, mein Lieben. Die Welt ist in Trauer. Bis dann. Euer Amitsaray.